Ach, nö. Hey Shani. Ich bin wieder voll allein. Oh nein. Na Max? Hey Max. Naaa? Hey Schatz. Oh nein, es ist hier, äh, hi Schatz. Kettensäge-Futzi. Och nö. Kettensäge-Joo. Wenigstens muss man immer keine Angst haben auf dem Fallen auf dem Boden. Nee. Hallo Max! Hahahaha! 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 Da kam er angelaufen. Flutsch! Ah, er hat schon wieder einen eigenen Grill drin. Naaaah! Hängen! Zu hängen! Oh! Scheiße nein! Habt ihr die Hüste! Da kommt einer zurück! Ich war die ganze Zeit da! Hahahaha! Mähmähmähmähmähmähmähmähmäh! Nee, 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 nee! Was macht ihr da nur für Sachen? Nee, 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 nee! Nee, 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 nee! Hattet ihr gehofft, er sieht mich nicht! Hahahaha! Darf meine Brille nicht voll zufrieden? Ja klar, genau neben nem Haken! Ist doch nett! Ja, klar! Och! Nein, 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 nein! Hau ab! Hau ab hier! Hau ab hier! Aber! Hast du ein Glück gehabt, du! Ahhhh, f Talk 3 mine URLs! Da, renn wir rein, finde ich gut! Das knochiges, Kettenwegen etwas! war ein tiefer stück stücker wieso komisch so schlimm kann es doch gar nicht sein doch verrissen was anderes nicht nett heli nicht nett Was anderes, Shani. Nein. Gesundheit. Entschuldigung. Das hört sich immer noch süß an. Ja. Hallo. 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 Oh Mann, Ellie, ich hab dich doch lieb. Ja, ich mich auch. Oh, du mein Kuschelbär, bitte. Oh Mann. Ja. Ich knuddel dich nicht mehr, sag. Bald kann ich dich nicht mehr knuddeln, wenn ich tot bin. Ist so gemein. Hallo. Der war fertig, deswegen geht er nicht. Na? Mann. Runter da, Shani. Nein. Nein, 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 nein. Wer spielt ihr beide wieder? Was? Ach, Mann. Ihr seid immer noch dort. Okay. Wir gehen ja schon. Oh nein! Oh, doch! Nein! Wir sind jetzt nicht hinterher. Geh weg! Geh weg! Ich hab mich gehört. Ich darf ich sonst mal öfters Geh weg sagen. Scheiße! Ah! Hat er mich doch gehört? Ich hab gedacht, weil Shani da, was auf der anderen Seite ist, weißt du? Oh! Oh! Raku hat Zocko gefressen. Das schreit nach Rache. Definitiv! Das ist aber nicht nett von ihm! Oh! Da ist aber nicht nett von ihm. Jetzt kommt er mal runter. Dankeschön! gleich gleich zwei leute für diesen braten gibt es einen haken ich will aber nicht anhaken ich will nicht gut abgehangen werden Ahhhhh. Haaaaaaah. Ah, zu früh. Er lebt. Mach Max! Dankeschön, bitteschön. Ja. Mach weiter. Weiß genau, dass du da drauf stehst. Ja, total. Das weißt du. Das war gemein. Danke. Bitte. Hallo Max. Hey. Bumm zum Mart und unten ist er. Na komm. Das finde ich nett von dir, Halli. Du bringst die Leute zum Fallen. Habe ja auch nichts gemacht. Der ist von selber umgefallen. Ja, klar. Habe ich nur noch aufgehoben und sauber geputzt. Ja. Ja. Habe ich schon mal die Luke gesehen? Nein, ganz so um die Ecke kann ich nicht rum. Ne, bis jetzt noch nicht. Luke ist aber nicht da. Ja. Na lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ja. Warum legst die denn? Ja, das ist halt nicht mehr gewohnt. So viele Liebkosungen. Mhm. Halli. Was habe ich dir getan? Gar nichts. Ah, scheiße. Mach dir keine Sorgen. Das kann er ganz gut. Hahahaha. 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 Neeee. Ich will nicht in den Keller. Da ist es kalt und feucht. Hahahaha. Nur die Hälfte wenigstens geschafft. Hei, 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 hei. Also dein Schreiber irgendwie voll in der Quase. Ich weiß. Ich habe es voll drauf. Hahahaha. ich glaube meine frau wurde gefunden ja ich bin ich tot verdammt dreimal hat es geklappt, dreimal. Einmal ist er schön mit an mir vorbeigerannt aufgeschwimmt dahin wieso lebt max eigentlich nicht mehr so richtig? weil der schon aufgehangen wurde lass mich ruhe nein nein ich weiß ja du bist mein hier ist noch einer hinter Baum, guck, ich hab die nie wieder lieb zum Knuddeln nie wieder er ist schon kaputt dann mach ich dich noch kaputt so ja, wie er sich tritt wo sind wir denn da? wie hört es sich denn hier drin an? darum ich helfe dir nur, wenn du Heli nichts davon erzählst ich glaub das muss ich ihm gar nicht erzählen da ist er schon leider doch zu eng hier ach nö Heli nyam 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 Nili such die Nuke! Die Windkomme! Für uns! Hör ihr wat? Pfff! Leicht daneben! Huuuuh! Alter! Alter! Das war aber richtig mächtig Glück! Uh! 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 Ich glaub ich hab's noch gesehen! Uh! Ich hab's jetzt nicht gerechnet, dass er das gleich durchsägt, das Ding! Wo? Nein! Ah! Shit! Ah! Ich glaub ich hab's nicht gerechnet! Weil du einmal hängen geblieben bist! Ja! Das war gerade das Problem! Weil ich da hängen geblieben bin! Ah! Shit! Such die Nuke! Hm! Hm! Das erste Mal heute drauf gegangen! Ja! Nein! Nein! Anni! Du schaffst das! Glaubst du? Ja! Klar, wenn der die Luke findet! Oder die Tür? Ja! Halli findet mit Sicherheit er die Luke! Der weiß bestimmt schon wo die ist! Nö! Die ist ja jetzt gerade erst aufgeploppt! Das hört sich so an, als wenn er sie nicht findet! Also wäre ich eine Luke, wäre ich ins Zelt gegangen! Nein! Ja! Und Elli wo war sie? Ja! Ja! Das ist für die Luke! Elli! Na! Wo war die Luke? Ähm! Der kleine Holzhütte! Ach! Ach! Da wo du mich erwischt hast! Da ist sie aufgeploppt! Gummis ist das Ding! Hmhm! Ja! Nicht so wie bei unserer privaten Runde das eine Mal wo sie direkt vor mir aufgeploppt ist! Hmhm! Das ist kacke hier! Das ist auch immer ein fetter Gongschlag! Mhm! Und weiß der Killer eigentlich auch sofort, dass man an einer Tür ist! Nene! Das sagt nicht die Tür! Ich finde das bloß nun mal heftig! Was dann... Oh! Nein! Den habe ich gar nicht gesehen! Oh! Mies! Du bist so gemein! Oh! Hell hier! Oh! 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 Wie böse! Ganz böse! Wie böse! Das ist einfach total skrupellos! Nja! Jetzt geht's mir gut! Oh! Du tut gerade seine Frau, Leid! Ja! Aber sowas von... Oh! Ja... Ich geb dir ein Versprechen, dass ich dich nie, niemals am Heli verpfeifen werde. Okay, das hab ich nicht so. Das habt ihr alle gehört, ne? Sie würd mich nie am Heli verpfeifen. Ja. Niemals. Wir haben's sogar auf Band, ne? Ich werd das extra rausschneiden und dann aufbehalten, ne? Ja, Klippen, bewahren den auf und gut ist. Ich werd dich niemals am Heli verpfeifen, wenn der Killer ist.